Habt ihr ungefähr so drei Meter Platz in eurem Zimmer? Ja. Super, okay. Habt ihr eure Füße dabei? Ja. Dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Wollen wir anfangen? Ja. Super. Fremd dich hier einmal rum. Einmal ausprobieren, den Watt schnell. Runter füßen rum und wieder rum. Okay. Fremd dich einfach in die Füße und dann wieder rum. Ja, guck mal. Das ist einfach so. Rechts, links, links, links. Rechts, links, rechts, links. Okay. Rechts, links, rechts, links. No. 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 Hat euch das beiden Spaß gemacht? Ja. Alles gleich. Dann wünsche ich euch einen schönen Geburtstag. Feiert schön. Esst schön Kuchen. Und dann füge ich euch das nächste Mal. Tschüss. Okay.